Hallo und herzlich willkommen zurück zu DCS World. Ja, ich hocke hier mal wieder mit euch in der Gazelle, denn ich habe was verpasst. Ich habe ein Update zu der Gazelle verpasst und zwar... Aktuell seht ihr, ich bin in der Gazelle SA342M und es gab ein Update, das hat die Gazelle SA342L hinzugefügt und die hat einige Besonderheiten, da gehen wir aber gleich drauf ein, denn was ich euch ja nie gezeigt habe, soviel ich weiß, waren die Waffen. Das machen wir jetzt erstmal bei der M. So, ich hüpfe hier rein, schalte das TV-Gerät an, schalte das Video-Gerät an, schalte FLIR an und schalte das Ganze auf, ich glaube, V ist Travel. Egal, so wird es sich jetzt auf jeden Fall anschalten und so dreht es sich wieder zurück. Okay. Ähm, eins. So, wir legen mal los. Und... Sovjetet. Die Gazelle ist halt noch recht gewöhnungsbedürftig, vor allem, ähm, weil die sich bei niedrigen Geschwindigkeiten immer so rumdrehen muss. So, wir haben da hinten einen Flughafen, der wurde von Feinden eingenommen, da steht ein bisschen was rum und als allererstes bringen wir uns mal in Angriffsposition mit dem Teil hier. Sovjetet. 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 Ich nehme ein bisschen was mit dem. So. Ich versuche mal so hinter diesen, hinter dieser, naja nicht wirklich, ich versuche mich mal so ein bisschen so auf diese Spitze da von diesem Hügel zu navigieren. Und ein bisschen Höhe möchte ich auch haben. Wir schauen mal ob das ganze funktionieren wird. So das reicht aber an Höhe. So jetzt kommt der Witz mit dem Autohover. So. 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 Ja komm schon. So. 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 sich ja hier auch nicht wirklich bewegen da wieder nix wir sinken zu schnell da sind wir im autohufer drin ich hüpfe rein macht das gerät an schalte das ganze auf tag runter mit der karriere so da weiß ich dass wir da auf jeden fall was haben wir zoomen rein meine kamera funktioniert nicht mehr so da sind wir jetzt wieder auf ein neues wir werfen das gerät an nicht dass du beschleunigst mein freund so mal ein bisschen rein ich hoffe das funktioniert jetzt sagen als erstes schalten wir dann damit sind die denn jetzt hier so wir stellen stellen auf jur nur machen den maß da hier an so müssen wir müssen glaube ich noch ein slave hier machen und schon so einmal hier lasern einmal hier rakete los schießen da kommt die nächste grad hat krassel scheiße sehr schön so damit ihr euch noch einmal kurz viel zeigen kann schwupps wenn ich noch näher ran so auf ein neues und naja andere waffe auswählen beziehungsweise nächste und das hat auch schön getroffen das teil ist geil so viel recon aufgaben finde ich ich muss das fadenkreuz mit dem joystick steuern leider kann man das teil hier noch nicht im koop spielen also die gazelle aber wir haben die größen bedrohung ausgeschaltet und können jetzt jetzt wechseln auf die l das ist normal irgendwie schaden haben wir keinen gemacht wir gucken uns das teil ganz kurz an ja ihr habt schon gesehen hier haben wir so acht raketen ja es sind eigentlich tatsächlich raketen eher so vergleichbar wie ffrr also diese raketen pots die sind nicht gelenkt und hier haben wir eine glaube ich 20 mm kanone und das video gerät hier das tja das funktioniert halt auch aber was halt eben schade ist es hat kein fliehe gut das braucht man halt vielleicht jetzt nicht das ist vielleicht am besten mit den hot aber ich würde mal sagen für so ein für so ein recon teil ich sag mal finde ich das eigentlich schon eigentlich schon sinnvoll weil das ist doch für das das teil hier ist so doch perfekt für infanterie und infanterie sieht man doch glaube ich am besten mit vier oder naja wir beschäftigen uns damit nicht wir nehmen das was wir hier haben hier hat sich das ein bisschen geändert wir haben hier einmal die stromversorgung für unsere waffensysteme hier können wir die waffensysteme scharf schalten und ich schalte jetzt die raketen scharf und macht den master arm an der grund wieso ich das jetzt mache ist im flug ja im flug muss ich das teil lenken und dann gleichzeitig mit der maus hier noch rum klicken das ist ein bisschen schwierig ok dann starten wir mal oh mach jetzt nichts falsches mach jetzt nichts falsches ok 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Direkt an den Raketen, die ziehen dann so ein bisschen mit der Flugrichtung mit und gehen dann entweder links oder rechts daneben. Wir versuchen es mal. Oops. Ist da jetzt alles put gemacht? So schnell? Okay. Dann switchen wir mal auf die Kanone. Und nehmen uns da diese Su25 vor, die ihr vielleicht nicht gesehen habt, aber die stehen da auf dem Rollfeld. Und... Das fiese an der Kanone ist, dass sie das Teil total nach rechts ziehen. Ich kann euch das mal zeigen. Seht ihr? Das Teil bringt das Teil hier voll durcheinander. Okay. 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 Ich dürfte meinen Standpunkt klar gemacht haben. So, jetzt versuchen wir das Teil auch mal zu landen. Oke. Okay. Who ist dasINDo? Okay. 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 Hey. Okay. Derchen Nachbarnstadt. Okay. 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 Right. Okay. Everybody ersch right. Vorausgesetzt da rechts ist alles tot, aber das sieht dann noch aus. Komm, geh runter. Oh, die ist so empfindlich. Das ist so abartig. Das ist so abartig. Das ist so abartig. Wenn wir das hier doch mal... Shit, 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 shit... Naja... Schön war das jetzt nicht. Aber... Aber ja... Das wäre jetzt erstmal ein kleines für mich vervollständigendes Video. Und ihr habt gesehen, ich habe A den Autohufer hingekriegt. Das war ja die ganze Zeit mein Ziel in den letzten Gazelle Videos. Ich habe von beiden Versionen die Waffen gezeigt. Und ich bin gerade richtig glücklich. Ja... Gut. Dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.